Mädels, komm! Rädchen! Hi Schwämchen! Rädchen! Ja, wein, Schwämchen! Rädchen! Brrrr! Gretchen hat was gefunden. Na Gretchen? Hi! Na, möchtet ihr ein Käse? Möchtet ihr ein Käse Stückchen? Rädchen! Rädchen! Er musste es in den Mund stopfen. Rädchen, das war toll. Ja, jetzt haben wir eine nasse Nase auf der Linse. Was sagst du? Ist okay? Ja? Rädchen, und du? Du bist süß? Ja? Brrrr! Ja? Okay, geht es weiter? Handschuhe packen. Leine gut festhalten. Und auf geht es! Lauf, Fimmchen, lauf! Brrrr! Puff! Okay! Es ist ein Satter! Gretchen, das Ende der Leine kommt immer irgendwann. Komm! War nicht schlimm, komm! Brrrr! Brrrr! Na, Gretchen! Na, du kleine Maus! Komm! Gretchen! Na los, Schnee! Fimmchen, wo ist die Gretchen? Das ist die Gretchen-Frage! Hihi! Käse? Käse für die anwesenden Damen? Einmal. Gretchen? So, jetzt laufen wir ohne Fimm weiter. Ist leichter, ne? Sag Tschüss!